Na los, sieh zu, du alter Katzen. Wir wollen hier weiter. So, schnell durch. Oh, Eidechse. Du schmieriges Stück. Hör doch auf mit dem Scheiß. Alter, ich dachte, wir sind Freunde. Ich dachte tatsächlich damals, wir werden Freunde, wir haben uns vereint. Stattdessen bist du einfach nur ein dreckiger Parasit, der uns langsam tötet. Das ist nichts, was Freundschaft ausmacht, ehrlich gesagt. Gegenseitig töten geht so. Was soll das überhaupt? Kimm doch mal deine Arme aus meinem Körper, du Schwein. Mann, diese blöde Eidechse. Wo sind wir jetzt gelandet, hier? Da ist das hier. Ah, da ist das eine Knarre! Ist das eine Knarre? Haben wir jetzt eine Knarre? Ah, das fährt ja mal. Komm, nehmen wir gleich direkt noch eine zweite. Jeder hat eine und ab geht's, ey. Oh. Zu früh gefreut? Scheiße. Warten wir hier. Oh. Mit zwei Händchen? Okay. Ah, unser kleiner... Ah, das ist bestimmt die Munition. Guck mal. Das Ding hier. Ne, unsere kleine Spinne hier. Unser kleines Spinnengeschöpf mit seinen Tentakeln. Das ist ein wahrer Freund. Der ist einfach nur hilfreich. Er wird gequält immer wieder gestochen, wenn er in so eine Maschine rein muss. Aber er hat Heilung für uns. Er hat anscheinend Munition für uns. Das ist ein Freund. Nicht diese scheiß Eidechse. Du bist das beste Tier hier bisher. Ganz eindeutig. Unser kleiner Spinnenkumpane. So, können wir jetzt hier ab? Na, vermutlich müssen wir einfach mal laden. Ich schätze mal R, wie in jedem Spiel. Ja. Alter, auch nicht Munition. Aber das heißt ja wahrscheinlich, gleich müssen wir auch ballern. Scheiße. Da vorne kommt schon ein Huhn. Kommt auch ein Huhn. Alter. Gefällt mir gut. Ah, nee. Oh, lass das mal Huhn. Wieso treffen die auch immer? Alter, du Schwein. Alter, haben wir das abgeknallt, ey. Keine Munition, keine Munition. Keine Munition. Oh. Nicht gut. Ich dachte, ich hätte zwischendurch schon nachgeladen. Okay, die brauchen drei, die kleinen immer noch zwei. Okay. Haben wir nichts mehr zum Nachladen, oh Scheiße. Also fünf Patronen haben wir noch. Können wir was neu holen? Natürlich nicht. Scheiße. Das waren jetzt mal genug Gegner jetzt allerdings auch, ne? Finde ich. Wo sind wir hier? Ah, das ist die Haupthalle. Das ist die Haupthalle, wo wir vorne waren. Mit den Kugeln, ne? Genau. Tja. Das kommt mir nicht bekannt vor. Was haben wir hier? Ah, it looks like a Razzle. Okay. Jetzt können wir hier durch die Gegend navigieren. Die drei Dinger hier. Erwinden. Aha. Okay. Wir müssen sie zum Leuchten bringen. Wir können diesen Knüppel hier bewegen. Okay, guck mal, dann geht das da oben auseinander. Gucken wir erst mal, wie wir die zum Leuchten bringen können. Ich glaube, da oben... Oh, jetzt leuchtet der in der Mitte. Okay. Jetzt leuchtet der... Wir müssen also immer diesen kleinen Abschnitt da an... Die Verlängerung anducken, sozusagen. Können wir das mit ihm auch direkt machen. Dann leuchtet er jetzt auch. Ach, der in der Mitte muss natürlich auch leuchten. Ja, shit. Äh... Wo ist denn der Knüppel von dem in der Mitte, da? Der kleine... Warte mal, wenn wir jetzt... Den so... Ich dachte, jetzt müsste er... Ich möchte den da drüben gerne noch... Er hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber jetzt leuchtet der... Ist er wie vorher jetzt, oder was? Oh. Äh... Beschweren tue ich mich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das gemacht habe. Aber... Hat geklappt. Äh... Das Glück ist mit den Tüchtern. Ne? Ja, haben wir gut gemacht. So. Ich sag's, wie es ist. Was geschieht jetzt? Jetzt haben wir hier so ein Knüppel. Okay. So, mit dem Knüppel machen. Oh, noch ein Rätsel. Ah, nee, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Obwohl das ja relativ gut ging. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es am Ende geklappt hat. Aber... Hauptsache es hat geklappt. So, nochmal hoch. Sollen wir jetzt einfach zurückgehen, oder was? Okay. Ich dachte, wir fahren dann mit dem Ding auch noch eine Etage weiter runter, oder sowas. Aber nix. Nix ist. Das ist ja einfach komisches. Da vorne ist ja so ein Greifding. Ach ja, wir sind ja eigentlich hier... Wir sind ja eigentlich hier, um die Kugel dahin zu transportieren, ne? In die Haupthalle. Ja, ist das die Kugel, die jetzt hier rumfährt? Oder welche Kugel ist das? Ne, das geht ja nicht. Wir müssen ja eine lose Kugel haben, ne? Eine lose Kugel, die wir dann mit dahin transportieren können. Dann sind wir wieder hier. Ach ja, wir haben hier noch... Jetzt glaube ich... Wir können ja noch zwei... Die konnten wir ja vorher nicht aktivieren. Müssen wir eigentlich jetzt... Okay, wir müssen das Ding, das wir da eben rausgenommen haben, müssen wir jetzt hier einführen. Dann können wir in die nächste Etage... Okay, dann müssen wir da vermutlich den dritten davon finden. Den dritten Knüppel. Kommen wir rechtzeitig, kommen wir genau rechtzeitig zufällig? Perfekt. Dann müssen wir jetzt hier eine Etage runterfahren, ne? Oder nicht? Ja. Und dann hier schnell, schnell raus, bevor wir zu langsam sind. Ich habe ein bisschen Angst vor Gegnern. Wir haben nur noch fünf. Oh, ich habe hier schon noch was. Gehört. Oh, da kommt eine Kohlkohlade angedüst. Wir gehen erstmal hier hin. Vielleicht geht sie ja wieder unten hohen. Ja, shit. Okay. Ne, rein wollen wir nicht. Wir wollen gucken, ob die nicht vielleicht irgendwie... Friedlich sind und... Sich hier irgendwo in diese Schleimbeutel begeben wollen, wo sie immer reindüsen sonst. Sieht nicht so aus. Ah, sieht doch so aus, okay. Schon eklig. Wir schlüpfen dann einfach in diese Materiehöhlen hier rein. Ist das Huhn auch weg? Huhn ist auch weg. Gut. Kann man gar nichts machen. Hier, da vorne läuft das Huhn. Ja, da müssen wir doch jetzt hin. Huhn. Was soll denn der Scheiß? Geh mal auch in so einen Beutel da rein. Was haben wir hier? Wir heilen, ehrlich gesagt. Ich glaube nur, das ist so ein Heilungsding. Das lohnt sich ja erst, wenn wir uns auch geheilt haben. So, dann können wir jetzt hier nochmal auffüllen. Easy, jetzt haben wir, wie wissen wir, das Acht, ne? Acht Heilung. Acht Heilung? Ja. Hallo? Müssen wir hier gleich wieder irgendwas machen? Na, wir gucken erst mal. Oh ne, wieder so ein Schwingpimmel. Okay, der war easy. Mr. Dingeli Dongeli ist beseitigt. Okay, wir müssen anscheinend doch erst mal hier drauf drücken, bevor wir weiterkommen. Och nö, doch noch ein Rätsel. Das Rätsel, das wir eben oben gesehen haben. Ne, Scheiße. Aber ist ja auch viel mehr jetzt hier. Okay, jetzt haben wir zwei Knüppel, wie es das aussieht, ne? Einen Knüppel. Einen Knüppel, den lassen wir erst mal so, den Knüppel, ey. Da leuchtet schon mal gelb. Da leuchtet eher gelb. Das wird auch wieder nix. Ah, okay, der war ja wirklich, das war ja wirklich easy. Und das war schön. Ich dachte, das wird ja bestimmt überhaupt nix. Jetzt leuchtet der da unten nicht oder der in der Mitte nicht. Aber das war ja, alter, das war ja richtig erfreulich. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir sind ja immer die Rätselmeister. Das ist einfach so. So, müssen wir jetzt wieder zurück. Ich hoffe jetzt... Ah, das meinte ich nämlich. Das habe ich gehofft, dass das nicht passiert. Zur Not haben wir aber noch... Vier Schuss. Fünf, wir haben doch eben fünf. Ach ja, ich habe den Dödel da abgeschossen, ne? Stimmt. Komm ab, du Huhn. Du bist tot, ich sag's dir. Ja, und nun haben wir keine Waffe. Und keine Munition. Haben wir hier ein Inventar? Ich glaube nicht. Da müssen wir aber einfach abhauen. Oh, scheiße. Ja, wir haben ein Inventar, ne? Aber da ist, glaube ich, die andere Waffe, die wir mit dem Neuvelab gekoppelt haben. Die haben wir abgekoppelt. Die fahren wieder ganz schnell nach oben, bevor die Kollegen da kommen. Und wir haben keine Munition mehr. Das ist suboptimal. Das ist äußerst suboptimal. Denn ich bin mir sicher, es werden noch Gegner kommen. Scheiße. Dann stecken wir erst mal die dritten Knüppel hier rein. Und dann können wir vermutlich in die unterste Ebene. Ich werde einmal kurz gucken, ob wir jetzt vielleicht nochmal doch noch... Ob vielleicht neue Munition da ist. Das war ja hier in der obersten Ebene, ne? Denn jetzt so ganz ohne Munition fühle ich mich auch nicht so wohl. Das wäre ja durchaus schön, wenn der jetzt echt noch Munition wäre. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Ne, scheiße. Können wir so eine neue Knarre holen? Oh, man. Jetzt haben wir wirklich überhaupt keine Waffe. Wir können hiermit noch nichts machen, wenn die nicht aufgeladen ist. Oder hat er... Der hat auch nichts... Der hat nichts mehr in der Munition. Der hat nur noch... Nur noch Leben. Jetzt aber schnell, bevor es wieder... Achso, wir wollten ja hier rein. Oh Gott. Wir wollen ja nach unten fahren. Ne, ein weiter bitte. Ach, dann sind wir wieder hier. Dann sind wir wieder hier. Okay, jetzt sind wir wieder hier in der Haupt... Im Hauptdingens. Jetzt müssen wir eine Kugel... Na, was ist denn mit der? Ist das... Das ist ja eigentlich nicht die Kugel. Wir müssen ja eine freie Kugel haben, oder nicht? Die wir hier hin transportieren können. Ich wüsste aber nicht, wo die sein soll. Hm. Jetzt sind wir hier irgendwo fest. Hier ist nix, aber hier ist so ein Greifer. Okay, lass uns mal überlegen. Aber eigentlich... Irgendwie deutet alles darauf hin, dass es doch die Kugel ist, ehrlich gesagt. Denn die ist hier genau in der Flucht... Wo es hingehen soll. Wie kommen wir da ran? Da oben ist so ein fetter Greifer. Aber der greift da ins nix. Oh, wir haben hier ja noch so ein Gerät. Okay, das wird wahrscheinlich mein Problem lösen. Das hat... Okay, nice. Also, grabben wir uns da die Kugel. Okay, perfekt. Hatte ich das Gerät hier schon mal gesehen? Das kommt mir jetzt so neu vor. Hatten wir jetzt letztes Mal schon gesehen, als wir hier waren? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Zum Glück habe ich das gesehen. Ich war nämlich kurz ein bisschen aufgeschmissen, weil ich nicht wusste, weil wo die Kugel ist. Aber dann sollten wir doch diese Kugel nehmen. Dann war doch das die Kugel, die wir vorhin überall ausgebuddelt haben, da unten. Okay, dann sind wir jetzt hier. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Greifer den holen. Äh... Au, ihr geht's. Was ist das überhaupt? Sind das diese kleinen... diese fliegenden Quallendinger, die hier unterwegs sind? Oder was? Hängt da dran? Ich glaube schon, ne? Okay, dann grabben wir... Was ist mit ihm hier drüben? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wir nehmen jetzt erstmal die Kugel. War das hochfahren oder... Ich glaube, das hier war... Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh... Hoffentlich fahren wir jetzt nicht hoch. Es war richtig. Gut. Genau, jetzt greifst du den bitte. Achso, dann fahren wir ihn jetzt hier rüber. Deshalb ist der Greifer da wahrscheinlich. Können wir mit dem Greifer irgendwas machen? Ach wie, der funktioniert dann überhaupt nicht mehr. Okay, dann fangen wir vielleicht einfach mit dem Ding nach oben und gucken dann, ob wir einfach oben so weiterkommen. Ne, perfekt. Guck mal, jetzt haben wir doch... Jetzt müssen wir das bedienen und dann können wir ihn greifen. Also es sieht ja irgendwie auch cool aus. Auch mit diesem Licht da. Mit diesen komischen Partikeln, die da in der Luft schweben. Irgendwie sieht es ja cool aus. Aber wenn ich der Typ hier wäre, wäre ich nicht gerne da. Da oben krabbelt wieder so ein Spacken durch die Gegend. So eine Kohlenroulade. Was ich auch nochmal testen wollte, ist... Wie das ist mit den Kohlenrouladen, die einfach an der Wand hängen. Die einen nicht angreifen, sondern die einfach nur chillen. Ob man die auch angreifen kann. Oder wenn man die angreift, ob sie dann auch wütend auf einen sind. Bestimmt, ne. Wollte ich gerne mal ausprobieren. Aber geht er jetzt nicht mehr. Wir haben keine Munition mehr. Dieses Rausschießding haben wir auch nicht mehr. Was wir vorher hatten. So. Keine Gegner bitte. Dann können wir nämlich nichts gegen tun. Dann fahren wir den jetzt vermutlich da vorne in die Lücke, ne. Check. Sehr gut. Das war ja wieder... Eine Errungenschaft, sehr gut. Das war ja wieder eine Tortur. Das Ding da hinzubringen. Alles für so eine kleine Gondel da. Und so eine komische Kugel. Gucken, wo die uns hinführt. Ein letzter Blick. Auf die... Schöne Abartigkeit. Auf die... Die Abartige Schönheit war schon okay. Die Abart der Schönheit. Hier schnell... Gehen wir hier schnell raus. Bevor wir wieder... ...ein gekesselt werden. Da unten ist so ein kleiner Spacki. Hier liegt ja eine Munition. Munition wäre schon gut. Oh, Eidechse, du Arschloch. Ah, jetzt wird es aber ein bisschen heftig. Hör doch auf! Alter, wenn wir unsere kleine Spinde nicht dabei hätten. Unser Spind hier. Dann sieht es schon ganz düster aus. Aber er hat nur einen Lebensbalken abgezogen. Ja, das ist echt... Dieser dreckige Parasit. Was für ein Arsch. Wenn ich es mal so sagen darf. Hilfe. Was sind das für Geräusche? Please, lass das. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Was geht denn hier schon wieder ab? Diese Hodenknospen, da kennen wir ja schon. Aber jetzt saugen da auch noch diese komischen... Nein, nein, nein. Oh, nein, wir können da lang. Das will ich eigentlich gar nicht. Nur zum... Zum Gucken vielleicht. Da geht gar nicht weiter. Oh, das ist alles eh abartig. Das ist einfach alles abartig. Oh, Munition. Eine Runde Munition. Wie sind das? Zehn Kugeln? Zwölf Kugeln? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, die macht 19. Okay. Davon werden wir jetzt direkt erstmal ein paar... Achso, dieses spinnt hier, bester Mann nicht. Wir werden direkt erstmal nachladen. Also, das ist doch zwölf Kugeln, ne? Haben wir jetzt noch sechs? Ja, zwölf Kugeln. Oh, mach doch nicht solche Geräusche. Mach doch nicht solche Geräusche. Please. Oh, man. Ich... Mir schwand übel ist. Okay, das ist doch nicht... Vielen Dank.